hallo liebe gadget freunde heute sind wir mal live bei mir im garten und zwar geht es um den solar schmetterling den wir euch vorgestellt hatten den gibt es aus china für zwei bis vier euro inklusive porto das hängt so ein bisschen vom tagespreis ab der bursche ist auf jeden fall hingucker ich habe mir jetzt mal hier in was weiß ich was das für ein busch ist gehangen und ja ich denke er ist ganz hübsch dieses und weitere gadgets findet ihr auf gadgetwelt.de ich danke euch